Lohnen sich alte Anime-Serien auf Blu-Ray? Diese Frage beantworte ich euch im folgenden Video. Wie ihr alle wisst, sind alte Zeichentrickserien mein großes Hobby. Zeichentrickserien habe ich ohne Ende. Viele davon sind auch alte Anime-Klassiker aus den späten 80ern und den frühen 90ern. Mittlerweile sind viele dieser Serien auch auf Blu-Ray erschienen. Deswegen widme ich mich heute den Anime-Klassikern auf Blu-Ray und sage euch, welche sich lohnen und welche ihr auch auf DVD kaufen könnt. Serie Top, Blu-Ray Flop. So ähnlich könnte man Captain Tsubasa auf Blu-Ray erklären. Die komplette DVD-Box wurde hier auf zwei Blu-Rays aufgeteilt. Das heißt 64 Episoden auf einer Blu-Ray. Das sagt uns natürlich schon, dass es sich hier einfach um SD auf Blu-Ray handelt. Und dementsprechend reicht hier meiner Meinung nach auch die DVD-Edition. Besser gemacht wurde es stattdessen bei der Konkurrenz der Kickers. Hier erscheint die Neuauflage auf Blu-Ray mit einem komplett neu abgetasteten japanischen Master. Die Qualität ist top. Einziger Wermutstropfen dieser Edition ist, dass das deutsche bekannte Titellied nicht im Vorspann enthalten ist, sondern nur als Bonusmaterial auf der Disc enthalten ist. Hier kann ich also eine klare Kaufempfehlung aussprechen, wenn man wie gesagt den kleinen Kritikpunkt mit dem fehlenden deutschen Intro vor jeder Episode verschmerzen kann. Kommen wir nun zu einer meiner Lieblingsserien aus meiner Kindheit. Es handelt sich um Saber Rider and the Starshares. Auch hier habe ich mir neben der DVD die Blu-Ray Cobalt Blaster Edition besorgt. Der Schuber von den zwei Blu-Rays ist jetzt auf dem Bild hier nicht zu sehen. Allerdings auch hier nur bedingt zu empfehlen die Blu-Ray Edition. Das Bild wurde zwar ein bisschen geupscaled. Wir haben hier die komplette Serie auf vier Blu-Rays. Allerdings würde ich behaupten, dass die DVD Edition, die ich euch nun hier einblende, durchaus ausreichend ist. Und man daher nicht unbedingt auf Blu-Ray updaten muss. Die nächste positive Veröffentlichung kommt von Nippon Art in Form von Nadja and the Secret of Blue Water bzw. Nadja und die Macht des Zaubersteins. Hier kommt die Blu-Ray Edition mit einem neu geremasterten Bild aus Japan inklusive japanischem Intro und Outro. Allerdings wurde über das Intro der deutsche Titelsong gelegt und die Blu-Ray hat auf jeden Fall ein deutlich besseres Bild als die alten DVDs von OVA Films. Inwieweit sich jetzt die Blu-Ray Qualität von der DVD Qualität der Nippon Art DVD Edition unterscheidet, das kann ich leider nicht beurteilen. Die Blu-Ray Boxen sind auch super schön gestaltet. Schöne Digipacks, schöne Artworks und auch noch ein schönes dickes Booklet. Was will man mehr? Kommen wir nun zu zwei Oldies und fangen an mit Kimber, der Weiße Löwe aus dem Jahr 1965. Jetzt ebenfalls von Nippon Art an zwei Blu-Ray Editionsboxen auf den Markt geworfen mit restauriertem Bild und Ton. Das Bild soll hier die DVD Edition um einiges schlagen und vor allen Dingen sind diese Boxen jetzt in Anführungszeichen uncut. Hier soll es Episoden geben, die in der DVD Box noch nicht enthalten waren oder verschollen waren. Hierzu kann ich leider keine eigenen Informationen beitragen, da Kimber, der Weiße Löwe, einer der wenigen Serien ist, die ich noch nicht in meiner Zeichentricksommerung besessen hatte. Aber schauen wir uns nun hier die Box an. Schön gestaltete Boxen in einem Digipack. Vier Blu-Ray Disks in schöner Aufmachung. So wünscht man sich das. Was will man mehr? Ja, man mag es kaum glauben, auch die gute alte Biene Maja hat eine Blu-Ray Veröffentlichung im Jahr 2017 erhalten. Anzumerken ist es hier, dass es sich um die original erste alte Biene Maja Serie handelt und nicht um irgendein Remake. Hier wurde die komplette Serie neu restauriert. Die komplette Serie ist auf 14 Blu-Rays enthalten und der Kauf lohnt sich wirklich. Das Bild ist wirklich um einiges besser als irgendwelche DVD-Versionen, die es vorher gab. Es ist einiges an Geld, was man investieren muss, aber die Serie sah nie besser aus. Klare Kaufempfehlung für die Biene Maja auf Blu-Ray. Ja, als vorletztes komme ich zu Captain Future auf Blu-Ray. Die Geschichte ist ein zweischneidiges Schwert. Bildtechnisch gibt es einige unzufriedene Stimmen, da das Bild der Blu-Ray einen kleinen Grünstich haben soll und dadurch ein paar farbliche Szenen anders dargestellt werden. Allerdings erhält man nur in der Blu-Ray Limited Collector's Edition, also in dieser großen Box, auch alle japanischen Folgen. Die sind in den Einzeleditionen der Blu-Ray Edition nicht enthalten. Daher, wer Captain Future ungeschnitten sehen möchte, der bekommt eine Kaufempfehlung für die Limited Collector's Edition. Alle anderen müssen mit der geschnittenen deutschen Serie leben. Ansonsten gibt es noch ein paar Anime-Klassiker von KSM auf Blu-Ray-Disc. Hierzu kann ich allerdings nur Angaben machen, die ich im Internet recherchiert habe, da ich keine dieser Blu-Rays selbst besitze. Der Grund ist ganz einfach. Die Informationen aus dem Internet waren sehr unbefriedigend. Hierbei soll es sich bei den Blu-Ray-Disc-Editionen einfach nur um Upscales bzw. SD und Blu-Ray handeln, die gegenüber der DVD-Edition, die ich natürlich im Regal stehen habe, keinerlei Mehrwert bieten soll. Dementsprechend habe ich mich hier gegen einen Kauf entschieden und würde dies auch jedem anderen raten. Es sei denn, er hat die Serie noch nicht als DVD in der Sammlung. Dann kann man natürlich zur Blu-Ray-Disc greifen und spart damit auch noch ziemlich Platz. Allerdings haben die DVD-Boxen den kleinen Vorteil, dass sie recht hübsch sind und gerade die Erstauflagen teilweise sehr schön gestaltet sind. Wenn ihr noch alte Anime-Klassiker auf Blu-Ray-Disc kennt, die ich jetzt vergessen habe, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben oder abonniert meinen Kanal. Ich verabschiede mich heute von euch, bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch einen schönen Tag.